Hey Leute, herzlich willkommen zurück in Dark Souls. Oh, der Wanderfluch ist, obwohl ich mich ausgelockt habe. Ich weiß nicht, ob die Gegner nochmal kommen, die Geister. Aber wenn den Verliegen die nackt da stehen. Und man macht denen nämlich null Schaden, blöderweise. Null Menschlichkeit. Ah, jetzt. Absolut ekliger Gegner. Der Typ kommt, glaube ich, aber wieder. Und das in Kombination mit dem hier. Unger. Das war ein kurzes Gastspiel. Das war ein sehr kurzes Gastspiel. Aber ich habe es zu spät mitbekommen beim Augenwinkel, dass der Typ da aus der Wand rauskommt. Oder aus der Tür, was auch immer. Die können wir, glaube ich, ohne Probleme, ohne Wanderfluch killen. Das geht. Ach, Mann, 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 Mann. Scheibenhonig, Scheibenhonig. Ach, der ganze Weg wieder. Im letzten Part lief es so geil. Jetzt habe ich versagt, Leute. Mal wieder. Ein Part ließt ein Boss. Gleich am Anfang. Ein First Strike. Und dann so weit. Also halt doch merken, dass der Alarmpad ist, ne? Ne, ich mache das nicht mit Absicht, Leute. Das passiert halt einfach. Ach Gott. Wie kacki. Und vor allen Dingen liegen da jetzt 14.000 Seelen. Ich meine, jetzt für ein Level reicht das auch nicht mehr. Aber das ist immer ärgerlich. Dabei soll ich da überhaupt bis hinkommen. Wobei, ich glaube, der Weg halt jetzt einfach nicht mehr so, so weit ist nach dahin. Was ich mal gucken könnte, ist vorher tatsächlich, was habe ich denn da für einen Gegenstand bekommen? Wo ist der Ausgang? Da. Was habe ich denn bekommen? War das irgendwas Interessantes? Ich glaube, das war Menschlichkeit, ne? Naja, gut. Ich habe fünf Dämonen-Titanit? M-M-M-Moment mal. M-M-Moment mal. Ne, das probiere ich aus, wenn ich sowieso sterbe. Egal. Ich wollte mal gucken. Ich glaube, fünf reichen, um unser Schwert wieder aufzuleveln. Ich weiß es nicht. Ne, Quatsch. Dämonen-Titanit. Ich brauche Funkel-Titanit. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Denkfehler gehabt. Wir können im Prinzip den Bereich jetzt von anderen Punkten auch erreichen. Den Bereich erreichen, ja. Es wirkte etwas doppelt gemobbelt. So, Flammern. Die Geister sind halt wiederkehrende Gegner. Leider. Ihr könntet echt mal was hinterlassen. Da hätte ich nichts dagegen, Leute. Ich könnte auch einen Wanderflug fallen lassen, jetzt ohne Witz. Ach, ich glaube, ich nehme einfach mal schnell... Ja, schnell. Den Fahrstuhl wird wahrscheinlich nichts werden. Ich muss mich erst mal holen. Scheiße. Deutsche sagt, hier wird es nochmal kurz lustig. Ja. Bis zumindest der Fahrstuhl da ist. Ja, jetzt dürfte ran sein. Jo. Ja, es ging noch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Dicke wieder da ist, dieser Blob. Keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. Kann ich den gleich wieder hochschicken? Ne, geht nicht. Schade. Der Blob ist weg. Gut. Und jetzt machen wir es mal fair ins Quer hier, Keule. Auah. Ja, ich sag fair ins Quer und nicht, dass es im Glade tritzt. Dieses Fisch. Vertrag nicht viel, aber Arschlächer sind es trotzdem. Da steht schon der Nächste drin, wenn ich das richtig sehe. Ich leg mal meine Kippe zur Seite. Na komm. Alter, macht ja Auer. Ihre Schwerter finde ich relativ cool. Die sehen sowieso geil aus. Ah, zwei Schläge. Das ist so kleiner Licht. So, jetzt gucken wir mal, ob hier in die Hütte was ist. Bin ich von da gekommen? Ne, aber hier geht es hoch. Gucken wir doch mal. Hier kommt aber der Geist, oder sowas. Ich hab grad gedacht, das ist eine Bodenplatte eventuell. Ne, ich weiß, wo wir sind. Ah, ja, da kommen wir alles. Da muss ich ein bisschen schnell reagieren. Wirkt der Fluch noch? Ja, wirkt noch. Okay. Schauen wir uns bloß schnell das Item. Herr Ritterseele. Nehmer. Ich weiß nicht, was hinter dem Tor da ist. Ich kann es nicht mehr sagen, Leute. Ob es jetzt bloß einmal richtig durchgespielt hat. Das ist doch bestimmt noch welche von den Spinnern. Ma, ich hab mich grad vor den Sorillen erschreckt. Der Schaden, der ist übel. Äh, das war Quatsch. Ich nehm mal die Seelen raus. Die Menschlichkeit brauche ich auch nicht. Ne, ich guck mich hier noch zu Ende um, Leute. Da ist bestimmt noch mal so ein Pimmelkopf. Gibt's Items, hier muss so ein Pimmelkopf kommen. Wenn er mich hier runterschubst. Es irritiert mich, dass hier keiner kommt. Oder sie warten. Dass sie gemeinsam auf mich einstürmen. Ha. Können. Entschuldigung, dass ich da gerade etwas wortkarg war. Ah, vor denen hab ich ein bisschen Ehrfurcht. Stolzer Kriecher. Sehr schön. Tödlich würde ich meinen. Aber das sieht mir aus hier wie... Genau. Ne, 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 ne. Hier nicht. Du kommst mal bitte hierher. Depp. Was gibt es denn da mit der Strick? Okay, jetzt ne normale Truhe. Ich hab jetzt echt schon Panik, dass das mit links hätte sein können. Ein grauer Brock. Nice. Wie gesagt, plus 15 Waffen kann man damit erstellen. Jetzt hab ich auch noch einen Gegenstand gesehen. Genau. Da ist auch noch mal was. Aber hier ist auch bestimmt noch mal was. Brauchst noch eine rote Augapel. Brauch jetzt nicht unbedingt. Da komm rauf. Habt ihr schon gesehen. Oh, wenn's hier echt finster ist. Da komm halt an. Oh. Das war... ein bisschen zu knapp. Ah, das war mir echt ein bisschen zu knapp. Geh ich da runter, aber geh erst mal auf. Hm. Nix. Sind hier auch alles so schön glibberig aus, ne? Da wären wir denn wieder beim Tal der Drachen. Da will ich nicht hin. Ah, ist das ja eine widerliche Gegend. Alles so schleimig, glitzerig. Bah. Du musstest eigentlich alle 10 Meter auf die Fresse fliegen. Das ist fast... rein technisch gesehen fast praktisch, dass wir barf ein bisschen hauen. Fühlt sich denn noch widerlicher an, aber man rutscht nicht so leicht. Nicht? Nee, oder? Jetzt noch. Das war ein bisschen unvorbereitet, möchte ich mal sagen. Und in Kombo mit dir. Na, freilich. Dass da jetzt noch ein Geist kommen muss. Die haben schon mal zu viele Gegenstände im Inventar, dass die die mal ausrüsten müssen. Verdammt. Weg. Weg. So, letzte Geisterfluch. Super. Läuft. Steht hier. Achtung, Geisterfinsternis. Ja. Das ist ja mal eine tolle Kombo hier. Das ist ja mal eine richtig, richtig geile Kombo. Da, ich bock drauf. Komm. Komm. Der ist weg. Okay. Oh, der kommt mit. Willst du mich ver... Hole, people. Wisst ihr was? Ey, lang nicht mehr gemacht, aber ich mach scheißer Taktik. Ist mir egal. Wo ist mein Bogen? Ich denke mal, vergiften bringt jetzt bei dem diese Filz. Ich denke mal, vergiften bringt jetzt bei dem diese Filz. Schaden geht in Ordnung. Ne, vergiften auch nicht ihn. Doch, haut. Ne. Der heilt sich wieder. Umgekehrt ist es. Oder? Ja, warte mal. Ne, es geht runter. Es geht runter. Oder ich hab mich irritieren lassen durch die hochsteigenden Zahl. Na, Forzi. Das kannst du mal vergessen. Der Schädel da ist nämlich ein Angriffszauber. Ich mach' ich schön von hier. Da hab' ich mal gar keinen Stress mit. In der Fall ist es nur Kaffee. Aber ist schon mal geil. So ein Schleimpulzen. Das sich da tatsächlich wörtlich triggern lässt. Ach, er wird doch noch geschafft, auf den letzten Drücker reinzurennen. Ja, super. Mal sehen, ob ich ihn noch krieg. Ist mir jetzt egal. Mal so auf die Schnelle. Okay, jetzt sollte es hier ruhiger sein. 5000 gibt ja. Der Explosionsradio ist natürlich Hölle, ne? Ah, Kacke. Bitte, bitte. Lass ihn noch wirken. Ja, er wirkt noch. Ja, er wirkt noch. Er wirkt noch. Er braucht sich bloß wie lange noch. Grauer Brockhelm. Jawollu. Und, ha, 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 ha. Wanderer Fluch. Sehr viel. Das sind meine Schritte. Das sind meine Schritte, die mich tatsächlich irritieren. Ach, da geht's zum Boss. Ich will nicht. Ich will nicht, Leute. Ich will nicht, ich will nicht. Okay, da war ich ein Tuck schneller. Sehr schön. Auch grauer Brock. Nice. Und einer von euch Eierköppen hier. Ja, da geht's zum Boss. Und ich will nicht. Irgendwann muss ich halt, aber... Nee, 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 nee. Weil ich nicht mit den Haufen Seelen im Gepäck, ne? Kann ich die nicht einfach irgendwo lagern, wie bei The Search? Ach, Menno. Jo, da liegt alle da nieder im Staube. Also, ja, im Flamm. In dem Fall hier. Ach, das Ding können wir ja noch betreten. Jo, ja, 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 da war ja was. Ich hab's mir doch gedacht, dass wir noch nicht ganz fertig sind. Ihr seid doch wirklich alle tot, ja? Hey, bloß weil ich mich vom Boss drückt, Leute. Problem ist halt, ich hab die Forkings einmal gemacht. Weiß nicht, wie viel Anläufe ich gebraucht hab. Ist auch sowas, dass hier... Der Weg hierher ist halt relativ anstrengend. Das kannst du mal voll verhessen, mein Freund. Schneller! Bätsche, bätsche. Ähm. Du will nicht das wissen, was da ist. Stolzer krieg ich ja. Nochmal. Nochmal. So ein Heini. Au. Oh, oh, fuck. Nein. Dammit. Ach, kacke. Ich glaub, in dem Gebiet gibt's auch keinerlei Feuer, ne? Das ist ja auch so, was geil ist. Hm. Scheibenwohnen. Ich darf die alle nochmal plätten. Ach, naja. Was willst du machen, ne? Ach, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Was haben wir denn eigentlich so dabei? Mittlerweile eigentlich ist ein Seelen eingeheimst. Ja, so viel ist doch nicht. Allerdings wäre es mit den Seelen, die ich jetzt verloren habe, wahrscheinlich schon ein Aufstieg. Grauer Brocken, das ist, das ist schon übel. Das ist richtig, richtig übel. Ach. So viel Zeug. Ähm. Äh, hä. Warum trage ich nicht mit mir rum? Warum hat die mir keinen Schmied abgenommen? Ähm, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich guck mal was. Ich guck mal was, Leute. Weil hier unten ist ja noch ein Schmied, der ja so auch so ein bisschen magisch begabt ist. Vielleicht nimmt der die bloß an und die anderen wollten die halt wirklich nicht haben. Schauen wir mal. Hab ich mich auch nicht so mit auseinandergesetzt mit den Zauberwaffen. Das ist, ja. Ich bin wirklich so ein Fan von reinem physischen Schaden. Vielleicht noch Feuer. Aber ansonsten. Ist halt nicht so meins. Gehen wir mal mal zu dem Schmied. Das wollen wir mal ein bisschen was anderes sehen. Boah, Leute, ich schwitze mir ein, Wolf. Und hier kommt ja noch extrem die Anspannung dazu. Er ist cool. Er ist lässig. Kein Stress, der Kollege. Wie super. Ja. Cool. A Craftman? Klar gehen wir uns in ihm. Ach, was kannst denn du machen? Also ich hab nichts, wo er irgendwas draus machen kann. Ach doch, er kann magische Waffen draus machen. Was ist das da hinten? Das ist ja das Aufheben wieder. Puh. Was brauchen wir denn eigentlich da? Ah, Dämonen-Titanid. Es ist gut, dass ich das hab, aber... Es nützt mir ja nichts. Ich kann die Waffe ja noch nie nutzen. Mann. Kannst du bei dir in Rüstung irgendwas machen? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Das ist jetzt nicht so viel, aber... Summiert sich dann halt, ne? Was hab ich denn auf? Ich hab den... Die Kapuze... Und die Manschetten kann ich pushen. Beide. Hab ich auch beide an. Also das ist gut. Dann locken wir mal einen in die Seele. Äh, ne kleinere natürlich. Soldat. Irgendwo was in die Richtung. Jupp. 200 brauchen wir für einen? Oh, das geht. Ist hier alle so glitschig. Ah, Rüstung verstärken. Nehmen wir uns... So, wann war Kapuze? Zack. Sehr schön. Da werden wahrscheinlich einige Leute mit dem Kopf schüllen. Das darf ich aber auch graue Brücken raushauen. Also echt mal. Und dafür sogar eine graue Scholle. Ich glaub, die kriegen im ganzen Spiel nie wieder. Egal. Weil wir auch einige Leute einfach noch mal im Kopf schütteln, dass ich immer noch mit Standardausrüstung rufen würde. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich zerlaufe, Leute. Ich suche mir auch ein Spiel, was das Schwitzen auch, glaub ich, noch ein bisschen unterdrückt. Äh. Förder hat mich unterdrückt. Das ist natürlich nicht so doll. Jetzt müssen die erstmal wieder wegbämsen, bis der Fahrstuhl da ist. Und weg. Aber der Bereich ist eigentlich auch nicht so weit weg. Oh, oh, bitte, 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 bitte. Was halt cool ist an den leichten Rüstungsteilen, wenn man da welche mit hat, ist halt die Ausnauerregulation ist halt auch flotter. Also, das macht schon irgendwo Sinn. So ein bisschen. Aber eigentlich Tick mir mal weg und du kommst ja da auch noch angescheißert. Ihr könnt ruhig mal was hinterlassen, Leute. Also nicht bloß Seelen, meine ich. So, dann eben doch den anderen Kampel. So, Kopf. So, Fahrstuhl kann kommen. Ich betrete mal den Raum einfach nicht. Vielleicht geht's ja. Hört's ja schon. Alles klar. Wir müssen froh, dass die großen Dämonen zumindest weg sind. Die Geister und diese Schwarzritter, die kommen ja wieder. Schön alle einzeln machen. Bloß nicht gleich, beide gleichzeitig, denn dann bin ich in Poppers. Und ich geh schon mal wieder gut, gut rein. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Tag auch. Och Mensch, du mach doch mal was. Du bist doof. Okay. Eee, eee, eee. Das freut, das freut. Welch ist, wann jetzt ist. Ihr Wisse-Tor. Könnt ruhig was fallen lassen, aber nichts dagegen, Leute. Absolut nicht. Ja, hier. Hier, wir müssen mal rein. Juhu. Gerade hat mein Pit ein bisschen gehakt. Toll. P-När. Trägen wir auch Lüksche. Ich glaub, das ist auch gar nicht mehr so groß hier, das Gebiet. Aber... kurz nervig. Da, da liegen meine Seelen. Geh so was. Aber wo ist denn der Penner? Ist du hier draußen? Ja. Warst du hier draußen? Bäh. Jetzt bin ich schon mal großkotzig. Gauwabokken. Also, ich kann ruhig... Ähm... Ah. I see, I see. Ähm, ich kann ruhig... Brocken nutzen. Wenn ich hier farmen kann, dann weiß ich das. Dann ist das für mich gut. Ist das für mich in Ordnung. Ich hab echt Angst, hier wuselt noch einer von denen rum. Aber nee, hier ist alles cool. 40.000 Seelen im Gepäck. Ach du röde, Leute. Wißt du, was ich mal mache? Ich probier mal, wie ich mit denen klarkomme. Oh, nee, 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 nee. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel, Leute. Ich hätt's gern einen gehabt. Ah, okay. Toll. Ganz toll. Kommst du mal her? Kämpfst du, Look? Bei denen mache ich immer noch erstaunlich wenig Schaden. Und sie kommen doch alle auf einmal. Nies Fische. Das möchte ich nicht. Wobei, ich müsste die mal ausradieren, weil da sind tatsächlich noch ein, zwei Gegenstände hier im Umkreis. Die will ich haben. Auf der Brücke dürfte noch was liegen, eventuell. Ja. Oh Gott. Hallo, kannst du die mal im Visieren? Ich möchte doch bloß einen, Leute. Einer reicht doch völlig. Hallo. Ich heiße echt einer. Ich heiße echt einer. Einer reicht. Jetzt ist er da doof. Das macht schon Schaden. So ist es nicht, aber... Kein Bock gegen die zu zweizugkämpfenden. Das soll ja gut. Komm her, hier. Dieses Fisch. Ich glaube, unsere Blitzerbär ist nicht die größte. Vor allen Dingen, wenn ich mich reinschneile... ...dann könnte die eher doof sein. Komm mal heilen. Genau. Verbrutzel doch mal deinen Kollegen. Ach, Leute. Das machen wir jetzt anders. Ihr könnt doch bestimmt kein Gift arbeiten. Halt. Okay. Wenn ihr meint, Jungs. Das ist die gerade runter. Okay. Bei dem dürfte es alleine funktionieren. Da muss ich vielleicht nochmal nachlegen. Okay, wir machen einfach ein Abmiet. Ist egal. Wollen wir jetzt völlig... Wenn ihr mich am Rage quitten seid, das verstehe ich nicht ganz. Hm. Lavinie. Ist jetzt ein bisschen lame zum Ende der Folge, aber naja. Das zieht sich ganz schön. Ja, komm ruhig. Komm ruhig her. Ich raff's nicht. Ich raff es gerade nicht. Hält ihr halt noch mit, mein Gott. Das ist... Das ist... Was habt ihr denen für eine KI gegeben, Leute? Die geben ordentlich Seelen. Muss man schon sagen. Die machen aber auch ordentlich... Aua. Also die geben... Summiert geben die ganz ordentlich Seelen. So ist es eher so. Tausend ist nicht so viel. Ein Drachenstein. Na ja, Gott. Ah, wir sind schon wieder am Ende des Parts. Die Gegenstände sammle ich dann im nächsten Teil ein, Leute. Und dann heißt es leider doch mal langsam... ...nochmal Richtung Feuer. Auf jeden Fall. Ne. Wir gehen dann auf jeden Fall Richtung Feuer. Ja, mit den ganzen Krempe... Das will ich nicht. Könnt ihr vergessen. Dann lebe ich mich nochmal ab. Aber auch das machen wir im nächsten Part. Alles klar, Leute. Dann bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt... Daxos. Tschaui.